Ja, Tropelmann. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Was wegen? Tropelmann. Wegen die Mülltrennung. Ich gucke mal so an und ab in Mülltonnen, um zu gucken, ob die Mülltrennen nach DIN A5. Also nach die Landesverordnung über Mülltrennung. Ja, da können Sie uns gerne reingucken. Das finde ich einfach nicht gut. Ja, jedenfalls habe ich gesehen, dass sie nicht so, also was in der gelben Tonne soll, zum Beispiel in die graue werfen tun. Das finde ich einfach nicht gut. Ja, hören Sie mal, junger Mann, da sind Sie aber nicht falsch. Verzeihung. Ja. Nee. Gerade wir, wir trennen gut den Müll. Also dann müssen Sie... Das finde ich einfach nicht gut. Hören Sie mal, hier voreinander, wir sind ja 81 an, ne? In Genächten. Ihre Nachbarn machen das auch nicht richtig. Ja, haben Sie denn unsere Mülltonnen schon mal reingeguckt? Ja. Aber wir setzen unsere Mülltonnen ja gar nicht hier an der Hauptstraße. Wir setzen unseren Müll ja hinten rum. Da waren Sie bestimmt nicht. Und wir haben einen eigenen Müll. Wenn alle richtig Müll trennen, dann brauchen wir keine Mülltonnen mehr. Ja, das weiß ich. Und wir trennen immer unseren Müll. Da sind wir so genau drin, das glauben Sie ja nicht. Möchten Sie nicht unseren Kindern eine saubere Welt übergeben? Ja. Ja, genau. Da haben Sie recht. Nein. Wieso nein? Das finde ich einfach nicht gut. Was finden Sie nicht gut? Wir trennen ja unseren Müll. Wir trennen die Mülltrennung. Wir trennen ja unseren Müll. Verzeihung. Ja, auch Ihre Briefe gehören übrigens in die andere Tonne. Welche Briefe? Unsere Briefe? Die werden geschreddert. Ihre Nachbarn machen das auch nicht richtig. Das wissen Sie doch gar nicht. Möchten Sie nicht unseren Kindern eine saubere Welt übergeben? Ja, die gebe ich unseren Kindern auch weiter. Die Bundeskanzlerin sagt, wenn alle richtig Müll trennen, dann brauchen wir keine Mülltonnen mehr. Hören Sie mal, junger Mann. Wir trennen unseren Müll ganz genau korrekt. Was andere machen, interessiert mich eigentlich nicht. Und die Nachbarin, habe ich auch schon mal gesagt, und unseren Eigentümer, er soll dafür sorgen, dass die den Müll trennen. Ihre Nachbarn machen das auch nicht richtig. Das ist eine falsche Andresse. Das finde ich einfach nicht gut. Sie sagen immer, Sie finden das nicht gut. Wir machen das ja. Wir trennen ja unseren Müll. Wir finden die Mülltrennung. Troppelmann. Ja, Herr Troppelmann. Ja, sind Sie echt falsch. Dann müssen Sie echt jemand anders anrufen, die wirklich nicht den Müll trennen. Hm? Die Bundeskanzlerin sagt, wenn alle richtig Müll trennen, dann brauchen wir keine Mülltonnen mehr. Ja. Mülltonnen müssen aber eigentlich sein, ne? Ja. Und den Müll trennen wir. Ganz genau. Möchten Sie nicht unseren Kindern eine saubere Welt übergeben? Den gebe ich ja unseren Kindern. Troppelmann. Wenn die alle so den Müll trennen wie wir. Herr Troppelmann, jetzt möchte ich das Gespräch beenden. Wegen die Mülltrennung. Und tschüss. Vielen Dank.